Ehrlich, Ding. Hallo, Jürgen und willkommen zu aller Weiteren Runde Masterbilders mit Katze. Leute, ihr habt Ewigkeiten kein Masterbilders mehr gespielt und wenn ihr Bock auf mehr habt, dann lasst einen dicken, fetten Däumchen nach oben da. Was müssen wir denn bauen? Ich hab Ding jetzt. Eine Nase müssen wir bauen. Wie geil. Katze, hast du schon eine Idee, wie du die Nase bauen tust? Na klar. Ich nämlich nicht. Ich habe das Gefühl, das wird mega schief gehen. Mega, mega schief. Ach scheiße. Hast du gerade das gleiche Problem gehabt? Ja, das Server läuft auf der alten Version, deswegen kannst du diese Blöcke nicht verwenden. Müssen wir Terracotta benutzen, das geht nämlich wenigstens. Ich mach da ein Gemälde draus, so ein richtig schönes Gemälde. Was brauchst du? Ein Gemälde? Nein, ich mach da kein Gemälde draus, auf jeden Fall. Nein, ich baue eine Wand und an die Wand bringe ich die Nase an. Das haben sie gereibt, du! Äh, lol, das ist ja ungefähr mein Plan, ne? Du, eine Nase, ne? Wissen wir ja. Hat ja zwei Nasenlöcher. Das müssen wir die Nase aber nur noch vernünftig formen. Aber das Gefühl, ich kriege das nicht hin. Du glaubst nicht an dich, Early. Du musst an dich glauben. Liebe Harry. Liebe Harry. Äh, doch, ich bin nicht ganz zuversichtlich, es wird eine ein bisschen dickere Nase. Äh, wenn ich das jetzt wirklich Gute kriege, da glaub ich grad schon gar nicht mehr dran. Aber wenn ich das wirklich Gute kriege, dann, äh, freu ich mich ein bisschen über mich selbst. So. Ja, doch, aber ich finde, da kann man auf jeden Fall so machen. Passt auf. Ja, ich bin sehr unzufrieden mit meiner Nase. Äh, sollst auch trotzdem nicht davon abhalten. Hier noch ein bisschen was zu machen. Passt auf, Leute. Das ist richtig scheiße geworden, Leute. Das ist meine Nase. Heilige Scheiße. Das ist, äh... Ja, ist okay, ist das? Leute, wie findest du das, Katze? Ich find das eigentlich sehr gut. Fast schon amazing. Hast du gebaut, du Arschgeige. Bin gar nicht mal so schnell. Aber die Nase ist ein bisschen groß geworden. Ja, es ging ja um die Nase. What the fuck? Was zum... Oh, ein Profil-Schuss. Mäh. Das ist, äh... Das ist eine Nase. Der hat meine Nase geklaut. I've got your nose. Der hat meine Nase geklaut. Das heißt, okay, ich kann es aber trotzdem, ich habe meine Nase geklaut. Ihr Arschgeige. Ich habe deine Nase. Ja, das ist auch... Es soll ein Taschentuch darstellen, oder? Wahrscheinlich. Leute, bevor hier wieder irgendwer hingeht... Ja, das ist leider eher ein Mäh. Ja, find ich auch. Bevor hier wieder irgendwer hingeht und sagt so... Ih, du hast selber nicht so gut gebaut. Aber du bewertest die anderen voll schlecht, obwohl deins voll kacke ist. Ja, und wenn ich war eins bewerten müsste, dann würde ich auch mal Eisableding es bewerten. Weil es kacke ist. Tut mir leid, dass ich nicht so gut bauen kann. Und trotzdem kann ich einschätzen, ob etwas gut ist. Das ist kacke. Das heißt, es ist nicht erfüllt. Der hat einfach nur drei Blöcke. Das ist nicht erfüllt. Thema verkackt. Early Boy. Ja, auf jeden Fall, äh, meinen Namen. Zehn von Zehn. Was soll das denn für eine Nase sein? Wow. Ja, das ist ja... Awesome. Wow. Das ist eine Nase, aber eine hässliche. Das ist okay. Das ist, äh, auf jeden Fall... Ich muss dir dazuschreiben, dass es kein Arschloch ist. Das wäre aber ein seltsames Arschloch. Hahaha, was hast du geschrieben? Ah, das ist nicht schlecht. Katze, lese den Chat. Das sehe ich nicht ein. Was denn? Will be red. Du bist aber einer der... Hahaha. Hahaha. Hat für die... Alter, sieht die Nase scheiße aus. Early, das ist deine Nase. Halt schloss. Glückwunsch. Das ist awesome! Es sieht aber nicht schlecht aus mit den Partikeln und so. Ja, aber die Nase... Es hat keiner... Es hat keiner Partikel benutzt, möcht ich anmerken. So. Aber... Weil das bei einer Nase... Also, wenn eine Nase Partikel ausschreibt... Schleimpartikel... Schleimpartikel... Schleimpartikel wäre ideal gewesen. Ich bin Vierter! Ich bin Zweiter! Du kannst mich am Arsch lecken. Wuhu! Oh Mann! Ja, okay, aber es war... Es war nicht schlecht. Aber ich bin... Man, was ist das in der nächsten Runde? Wartet in einem Mal oder noch? So, Leute! Wir sind in der nächsten Runde... Und in dieser Runde habe ich das Gefühl, dass ich sehr, sehr, sehr was geilen Platz... Erreicht... Wow! Wow! Wie einfallsreich! Wie einfallsreich! Alter, das ist ja wirklich awesome, was wir da bauen müssen. Das ist ja... Krass, Alter! So, hier bauen wir jetzt unsere Ampel. Die wird mega unspektakulär. Aber ich glaube, es wird endlich mal was sein, was ich ohne Probleme gut baue. Ich finde, da kann man sich absolut beschweren. Kann man sich da eher weniger! Guck mal, so haben wir das jetzt gemacht. Ja, guck mal, beschweren kann ich mich da eher weniger. Ja, und jetzt da, das gelbe Licht. Ja, beschweren kann ich mich da eher weniger. So. Kannst du dich da eher weniger? Leute, ich finde, beschweren kann ich mich da eher weniger. Selbst eine fucking Ampel kriege ich nicht mal hin. Was ist denn los mit meinem Leben, Alter? Ich bin zu dumm, eine fucking Ampel zu bauen, Alter. Heilige Scheiße, sieht das kacke aus. Und ich habe keine Ahnung, was ich hier nur dran verbessern soll, damit es nicht kacke aussieht. Kannst du nicht verbessern. Es wird nicht schöner. Es wird nur hässlicher. Leute, ich habe es versucht, ja. Ich habe es versucht. Ich bin ein Idiot, Alter. Leute, ich habe eine hundertmal bessere Idee. Ich bin wirklich ein Idiot. Du hast aber keine Zeit mehr. So, pass auf. Das sind wieder hundertmal bessere Ideen. Ist immer noch kacke. Und ich bin immer noch ein Stück unzufrieden. Aber die Idee ist schon mal besser als vorher. Ja, beschweren kann man sich da eher weniger. Ja, Leute, es hat sich doch richtig gelohnt. Beschweren kann man sich da eher weniger, auf jeden Fall. Beschweren kann man sich da eher weniger. Kannst du es für dich sogar sehr nice gemacht. Danke. Und das finde ich auch nice gemacht. Wobei, der hat keine Autos gebaut. Das finde ich besser. Der hat auch keine Straße gebaut. Finde ich etwas kacke. Das ist richtig scheiße. Es hat die charakteristischen Darstellungen. Aber es ist leider nur... Es ist halt wirklich einmal langweilig. Mäh ist es. Es ist nicht mal nice am Leaning, aber es ist mäh. Das könnte aber sein, dass der wieder gewinnt ist, Nikolai. Ja, aber das wäre dann Schiebung. Der letzte Mal gewonnen. Das hier ist eine Ampel von der anderen Seite. Auch wieder in der gleichen Richtung. Müsste auch ein Mäh geben eigentlich. Aber es ist größer gebaut. Die finde ich ehrlich gesagt schöner, weil die Lampen sind immer schöner. Welches davon ist an? Ja, stimmt. Ich bin ein Idiot. Stimmt, das hätte ich doch machen können. Das ist ja krass. Er hat ein Auto gebaut. Das ist ein Auto, ja. Ja, Thema verfehlt auf jeden Fall. Also er hat auch ein Auto gebaut. Ein detaillierteres Auto. Aber die Ampel ist mir irgendwie... Ist nur Licht. Ich finde es okay. Es war... Ja, das ist etwas, was du gerade gut angemerkt hast. Und ich habe jetzt gerade im Nachhinein eine richtig gute Idee, wie ich meine Ampel hätte damit geiler umsetzen können. Oh, an und für sich keine schlechte Idee. Verstehst du jetzt, was ich meine? Ich hätte Lampen nehmen müssen und die alle ausmachen müssen, außer die roten. Und die andere Seite... Ich hätte die anderen Seite... Eine Seite für die eine, die hätte ich grün machen müssen und die andere Seite hätte ich rot machen müssen. Dann wäre das die perfekte Ampel gewesen. Ist dir aufgefallen, dass ich es bei mir so gemacht habe, dass die Lampen... Ich habe gewonnen! What? What? Le Schiebung, Alter. Le Schiebung. Warum stehe ich über Lava? Ich bin Vierter. Ja, ich auch. Ich bin Vierter. Schiebung, Leute. Das war schön, Leute. Hat mir gefallen. Vielen lieben Dank an alle, die gevotet haben für mich. Leute, ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr Bock auf mehr Masterbilder habt, dann lasst gerne ein Däumchen um das ShoppeCats. Beides in den Beschreibungen vor dem Link. Schaut bei Minecraft Aqua vorbei, wenn ihr das auch nicht getan habt. Bis dahin. Auch da rin. Danke fürs Zuschauen. Du li du. Tschüss. Mäu. 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 Untertitelung des ZDF, 2020